Das Wachstum von MediClinic International basiert auf drei Plattformen. MediClinic Südliches Afrika in Südafrika und Namibia, MediClinic Mittlerer Osten mit Standort in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hirschlanden in der Schweiz. Vor über 30 Jahren wurde MediClinic International in Stellenbosch Südafrika gegründet und zählt heute zu den zehn größten Privatklinikgruppen der Welt. In den Entwicklungsländern, in denen sie tätig ist, wird ihren medizinischen Leistungen ebenso großes Vertrauen entgegengebracht wie in den Industrieländern. Für alle drei Plattformen gilt die gemeinsame Vision Verbesserung der Lebensqualität durch umfassende fachmedizinische Versorgung. Die Expansion von einer lokalen zu einer international agierenden Gruppe führte zur Entwicklung einer Markenstrategie gemäß dem Slogan Kompetenz die Vertrauen schafft. Der Erfolg dieser Vision zeigt sich in den erfreulichen Ergebnissen von MediClinic International. Ein Beweis für die herausragende Performance aller Plattformen. Mit dem gemeinsamen Markenauftritt der drei verschiedenen Plattformen ist MediClinic International gut gerüstet für die Zukunft des globalen Gesundheitswesens und wird für zahllose Menschen, die uns ihr Vertrauen entgegenbringen, einen spürbaren Unterschied machen. Sei es, um ein neues Leben in dieser Welt zu begrüßen, ein Leben zu retten, neue Heilungsverfahren zu finden oder in eine hoffnungsvolle Zukunft zu blicken. Wir geben immer unser Bestes für unsere Patienten, unsere Gemeinschaft und unsere Aktionäre. Auf dem Weg in die Zukunft mit dieser gemeinsamen Vision bieten wir Kompetenz die Vertrauen schafft.